Servus, willkommen. Freut mich, dass ihr bei dem neuen One Minute One Tip Video dabei seid. Auch wenn das Video eventuell auf den ersten Blick etwas banal wirkt, da es definitiv keine Rocket Science ist, hoffe ich, dass ihr das Video bis zu Ende schaut und ich hoffe, dass es euch auch ein bisschen Lebenszeit rettet. Aber dazu kommen wir quasi nach dem Tipp in diesem Video. Und es geht um Felgenband. Ich habe hier von Schwalbe eins, 18 mm, 2 m Breite. Hier sind zwei Stück drin, entsprechend, weil ich ja ein Vorder- und ein Hinterrad habe. Und das Ganze hat gekostet 4,50 Euro im Fahrradladen, also quasi auch nicht so teuer. Und das Ganze sieht dann so aus, wie gesagt, 18 mm breit. Und, ja, was es damit auf sich hat? 3, 2, 1. Also, ihr nehmt euer Laufrad und auf die Innenfläche des Laufrads, quasi hier über diese Löcher, klebt ihr mit entsprechend ein bisschen Zeit dieses Felgenband. Wichtig ist, dass wenn ihr das Felgenband entsprechend einlegt und einklebt, dass ihr das Ganze mit ein bisschen Spannung macht, also quasi auf Zug montiert. Und, dass ihr schaut, es gibt in der Regel ein Loch, wie quasi von einem Locher, dass da entsprechend das Ventil des Schlauchs nachher durch kann, quasi die Ventilöffnung im Laufradsatz nicht zukleben, aber ansonsten den kompletten Laufradsatz mit dem Felgenband auskleiden. Das war's auch schon. Wie gesagt, eigentlich relativ banal und relativ einfach. Aber warum dieser Tipp für mich so wichtig ist, folgendes. Ein Rad, egal ob ein Autorad oder ein Fahrrad, besteht quasi auf einem Außenkörper, einer Narbe und Speichen. Und diese Speichen sind nicht angeschweißt oder angelötet, sondern die werden quasi durch den Außenkörper durchgesteckt, werden dann verschraubt und dann mit der Narbe befestigt. Der Schlauch, wie eventuell auch zum Beispiel das Element Wasser, sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das bedeutet, wenn ihr einen Fahrradschlauch einlegt und diese Löcher, diese Öffnungen für die Speichen noch vorhanden sind, wird der Schlauch nicht einfach gerade schön rund sich um den Körper biegen, sondern wird versuchen, in diese Löcher zu entfliehen. Der Weg des geringsten Widerstandes. Und da ein Schlauch nicht so wirklich stabil ist, kann es sein, dass er an den scharfen Kanten einreißt und ihr dann einen Platten habt. Das Ganze klingt jetzt eigentlich wie ein No-Brainer, es ist mir aber schon passiert. Da war ich quasi in Südtirol, war in Brixen Fahrradfahren und habe mir einen Platten gefahren. Und das war eigentlich gar kein Problem, denn ich hatte ja einen Ersatzschlauch dabei. Aber ich habe diesen Ersatzschlauch montiert, bin ungefähr 200 Meter gefahren und hatte wieder einen Platten. Dann hatte ich quasi keinen Ersatzschlauch mehr dabei und auch keinen Fahrradflicken. Dann durfte ich erstmal schön mit Fahrradschuhen, also mit Kleets, mein Fahrrad schieben. Dann hat mich jemand mitgenommen bis zur nächsten Bushaltestelle und dann durfte ich nochmal knapp 20 Kilometer Bus fahren und dann nochmal knapp 10 Kilometer mein Fahrrad schieben zum Campingplatz, wo ich war. Das Ganze hat mich nicht nur sehr, sehr viel Zeit gekostet, sondern war natürlich auch ärgerlich. Und was ich euch bitten würde, soviel zu der Lebenszeit, die ich euch hoffentlich rette, ist, falls ihr einen Platten haben solltet, den kompletten Schlauch runterziehen und schauen, ob in der Innenseite des Schlauchs eventuell ein Riss ist. Und dann würde ich euch bitten, dass ihr einmal kurz schaut, ob in dem Felgenband ein Riss ist. Solltet ihr nämlich den Ersatzschlauch einlegen und im Felgenband ist eventuell ein kleiner Riss, sodass sich der neue Schlauch dann in diese Öffnungen, quasi, ja, in die Öffnungen versucht zu fliehen, habt ihr wieder einen Platten. Das ist ziemlich ungünstig. Deswegen empfiehlt es sich entweder, so ein Stück Felgenband immer auch dabei zu haben, nix mit, nebst einem Ersatzschlauch, falls ihr das direkt flecken möchtet. Ein kleines Stück Tape tut es natürlich auch. Oder zur Not auch ein Snickers oder ein Schokoriegel-Plastikpapier. Das ist aber dann wirklich MacGyver und First Aid. Genau. Also eigentlich ein No-Brainer, aber falls ihr einen Platten habt, wirklich ein sinnvolles Thema. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch, wie gesagt, vor dem nächsten ungünstigen Platten bewahren und dass euch dieses Video, wie auch die anderen Schrauber-Tipps, ein wenig geholfen hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Servus, merci, euer Flo.